Was zur Hölle geschieht hier gerade? Oh shit, ich muss gegen den kämpfen. Aber wenn ich ihn besiege, vielleicht schalte ich ihn frei. Wer ist diese Trainerin verpflegst? Ja, was ist das für eine Attacke, die verfolgt mich? Der kann man doch gar nicht ausweichen. Ich habe so das Gefühl, Mega Mewtwo ist etwas overpowered, kann das sein? Nein, der kämpft auf jeden Fall besser als alle bislang. Der rät auch verdammt viel ab und versucht zu kontern, aber das kann ich auch. Was? Wieso? Hat es nicht geklappt? Bitte. Hilf mir! Oh shit! Wieso hat der so viele Leben? Das ist das erste Mal, dass sich ein Gegner in eine... Ja, also boostet halt. Ich weiß nicht, ob ich den Kampf gewinnen kann. Aber sein Boost ist vorüber und wir haben ihn jetzt noch in der Hand. Grab ihn, Alter! Scheiße! Okay, ich mache hier meinen Finish, aber ich glaube... Nein, der liegt gerade am Boden. Warum? Fuck, es zählt nicht, weil er am Boden lag. Komm nicht mehr viel grabben. Ohhhh, what the hell! Knappes Ding! Das war doch Mewtwo, stimmt's? Obwohl es eine ganz andere Farbe hatte. Seit einer Weile gibt es Gerüchte über ein schwarzes Pokémon. Das war also Mewtwo. Das klingt ein bisschen rassistisch. Und dieses Mädchen ist seine Trainerin? Seid ihr zwei in Ordnung? So einen plötzlichen Pokémon-Angriff habe ich zum ersten Mal gesehen. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Das kam mehr als unerwartet, aber egal. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen von Rang C. Ich bin gespannt, wie weit du es noch bringst. Prima! Jetzt kommst du in die nächste Liga. In höheren Ligen erhältst du mehr Helfer-Teams. Besuch deine Stadt und prüf mal, was du bekommen hast. Okay, also es gibt wohl auch so eine Haupt-Story nebenbei offensichtlich. Das finde ich gut. Und wir haben ein neues Helfer-Team erhalten. Tragosso und Diktar sind beide Angreifer. Bei Tragosso führt einen wiederkehrenden Distanzangriff aus. Und Diktar stimmt auf den Gegner zu und greift von unten an. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Vielleicht nehmen wir die mal. Und Yrashi sowie Elphoon. Temporäre Limit-Stärkung und Resonanz-Anstieg. Mittel. Bei ihm hier währt temporäre Distanzangriffe ab. Regeneriert KP schwach. Ja, also die neuen Helfer-Pokémon sind allesamt ziemlich gut. Und wir kriegen noch mehr. Klibunkel und Filinara. Bei Klibunkel ist es... Bleibt stehen und greift bei Annäherung an. Also ich muss den Gegner dahin locken anscheinend. Verteidigung sinkt. Filinara setzt Reflektor ein. Temporärer Verteidigungsanstieg plus KP-Regeneration. Schwach. Ja, und hier ist jetzt die blaue Liga. Aber ich werde jetzt erstmal in meine Stadt gehen. und die Helfer-Pokémon studieren. Und dann eben austauschen. Damit wir dann andere sehen. Das Sortiment an Avatar-Items in deiner Stadt wurde erwartet. Ja, wir können das ja mal bis zu einem gewissen Grad gemeinsam machen. Wo muss ich überhaupt hin? Das hier habe ich noch nicht ganz verstanden. Das ist etwas unübersichtlich. Wir können natürlich das Outfit ändern, wenn wir wollen. Ja, kommt hier. So sieht sie eigentlich ganz gut aus. Machen wir das mal. Ah, hier. Und das... Ah, jetzt verstehe ich das. Hilfe in der Not. Wirkt ab der zweiten Runde. Nach verlorener Runde winkt ein Resonanzanstieg und volle Helfer leisten. Nach Runden Sieg ist der Gewinn minimal, aber dennoch eine kleine Reserve. So, das ist das, was man standardmäßig hat. Jetzt kommt das oder das zum Einsatz. Ähm. Nix nicht. In der letzten Hunde gibt es leistungsunabhängigen großen Resonanzschub. Praktische Pokémon, der in der Resonanz langsam steigt. Ich weiß gerade nicht, wie krass die Resonanzenergie bei Glurakt steigt, aber ich würde mal das nehmen. Fertigkeitenpunkte verteilen? Kann man die Fertigkeitenpunkte vielleicht doch auf ein anderes Pokémon übertragen? Anscheinend. Okay, nehmen wir mal als Beispiel Schnackrack. Nö, ich kann ihm nichts geben. Oh. Vielleicht kann man die bestehenden Punkte ändern. Ah ja, tatsächlich. Ja gut, das habe ich jetzt aber nicht gewollt. Wie gesagt, ich werde mir jetzt hier mal die Helfer-Pokémon anschauen und durchwechseln, damit wir mal verschiedene im Einsatz sehen. Go! Okay, das wäre erledigt. Wir haben jetzt ein neues Helfer-Pokémon-Team. Und ich habe mich auch gleich mal ein bisschen individuell gestaltet. Habe ein bisschen was an Geld für einen geileren Style ausgegeben. Habe mir jetzt den Titel reicher Trainer gegeben. Und so weiter und so fort. Jetzt steigen wir ein in die blaue Liga. Hier gibt es 60 Teilnehmer, also nochmal 20 mehr als in der grünen Liga. Das bedeutet aber wohl, dass es auch ziemlich lang dauern wird, um nach ganz oben zu kommen. Hm. Du bist in die nächste Liga gekommen. Wie fühlt sich der erste Rangaufstieg an? Jetzt bist du kein Anfänger mehr. Hier wirst du auf wesentlich erfahrenere Gegner treffen. Bleib am Ball! Ja, bin schon gespannt. Dann legen wir mal los mit dem Liga-Match. Das ist ja noch das Einfachste. Diese Phase sollten wir auf alle Fälle überstehen. Ähm, für den ersten Kampf wähle ich Team B, Dragosso und Dicta. Ich weiß gar nicht, wer mein Gegner ist, aber das werden wir gleich sehen. Ah, Suicune. Hu, hu, hu. Bin gespannt, was die schon hier in der blauen Liga können. Weil, seien wir mal ehrlich, alle Gegner in der ersten Liga waren nix. Das waren Flachzangen. Ich nehme mal den offensiven Dicta. Also los, Suicune. Kämpfen wir! Übrigens, ich weiß jetzt, ähm, warum wir ständig KP verloren haben. Glurak hat die Attacke Flammenblitz drauf. Und, ja. Das hat halt hin und wieder mal dazu geführt, dass ich einige KP verloren habe. Wie das halt bei Flammenblitz übrig ist. Und das war grad echt dumm von mir. Entschuldigung. Macht das aber gleich wieder gut. Komm her! Flammenwurf! Direkt wieder in der Duellphase. Und den haben wir jetzt richtig mitgenommen. Aber er steht noch. Ja. Schade. Hätte mir gewünscht, dass dieser tolle Komboangriff von eben ihn gekillt hätte. Also ein bisschen besser sind sie. Aber ich merke jetzt auch keinen allzu drastischen Boost. Ich muss von daher keine große Angst haben. Ich wechsle mal zu Tragosso. Und verwandle mich in ein Mega Pokémon. Wo muss das sein? Aua! Das kriegst du zurück. Pfff! 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 Ja, die Sachen hat nicht funktioniert. Hat den Schutzschild. Und... Ah! Drecks Konter. Aber das kann ich auch, mein Freund. Mist. Ich bin jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen am gucken, was sie denn alles so seit neuestem drauf haben. Wie gesagt, ein bisschen besser, denke ich, sind sie schon, ja. Aber... Auch nicht so dramatisch. Und ehrlich gesagt habe ich das Tragosso gerade völlig falsch eingesetzt. Der Gegner lag ja am Boden. Habe ich nicht drauf geguckt. Dann muss ich doch ein bisschen auffassen, dass ich den Kampf nicht verliere. Aber ich bin auch noch ein bisschen stimmlich angeschlagen. Ich hoffe, man hört das nicht so krass. Ich habe ein bisschen zu viel beim Fußball rumgebrüllt und... Ähm... Meine Stimme ist im Arsch. Das ist leider so. Okay, für den ersten Kampf interessant. Ich würde mal sagen, es wird jetzt generell interessanter. Jetzt kommt zumindest ein bisschen Gegenwehr. Aber wir sollten nach wie vor alle Kämpfe gewinnen. Da bin ich doch recht zuversichtlich. Team C. Ich wähle euch. Der Gegner ist ein Gengar. Welches ja angeblich genervt wurde. Wie ging denn nochmal der Geowurf-Angriff? Ach, diese scheiß Attacke, die verfolgt einen. Das mag ich gar nicht. Wo bist denn du hin? Ganz so schlaue, was? Blauen Wurf! Boah, was hat der für Kombos drauf, Alter? Man sieht dem seine Angriffe auch gar nicht richtig. Ein wahres Geist-Pokémon. Kann man schwer einschätzen, dieses Gengar. Für die Nara ist voll. Temporäre Verteidigungs... ... äh... ... Verbesserung. Und KP Regeneration schwach. Dann machen wir doch erstmal hier die Mega-Entwicklung. Und den Verfolgungsangriff. Shit. Da trifft nichts, deswegen raste ich jetzt ein bisschen aus. Ich hatte nämlich versucht, in der Luft mit Y einen aufgeladenen Feuerball auf ihn zu schießen. Aber er ist jetzt mal ausgedichten. Das hier meine ich. Das ist eigentlich ganz effektiv, aber es muss halt treffen. Ne, der ist dazu gewitzt. Der merkt schon, was ich vorhabe. Komm, Geowurf! Geowurf! Dreimal hintereinander. Aber ich wollte ihn unbedingt machen. Diesmal so ohne Gegentreffer. Ja, ich habe mich nämlich im Kampf-Doge nochmal umgeguckt und alle Moves von Glurak jetzt studiert. Ich kenne da jetzt auch ein paar neue. Und deswegen spiele ich ein bisschen rum. Neues Level erreicht! Wow, dieses Gengar hat einiges gegeben. Ich würde mal sagen, wir erhöhen unsere Resonanzfähigkeit. Nächster Gegner ist Nikolas, der hat auch ein Glurak. Und er will mir zeigen, was Resonanz bedeutet, ja? Okay. Schauen wir mal. Team A! Nun seid ihr dran! Ein Recke! Lass uns resonieren! Also ich merke schon, der Typ hat so ein Faible für die Resonanz-Energie. Wir sollten ihn also nicht dazu kommen lassen, sich zu entwickeln. Das wäre schlecht. Ähm, ich nehme jetzt erst einmal Elphoon. Das Pokémon, das man zuerst wählt, wird eh kaum, ähm, vollgeladen sein. Das ist jetzt auch ein schöner Angriff, ich finde. Dann kann man noch eine Verfolgung draus machen. Läuft auf jeden Fall! Schnapp ihn dir! Boah, geil! Der war an der Wand und direkt gepackt. Geowurf hinterher und jetzt noch ein Flammenwurf. Der nicht ganz trifft, aber scheiß drauf! Gib ihm, Alter! Crap! Nein! Mist! Boah! Nein! Daneben! Aber jetzt! Er hat sich auf einen Konter verlassen, aber ich habe wieder Feuer gespuckt. Mach ich sehr gerne! In letzter Zeit. Yachi! Limit-Anzeiger ist gleich fertig. Ah, jetzt macht er das gleiche wie ich? Hast du dir das etwa abgeschaut, hä? Ich spaße hier nicht! Oh Gott! Gut abgewehrt und gekontert! Nice! Mega nice! Und jetzt gib ihm! Oder er hätte mich sonst voll getroffen. Oh! Die Wände! Hat's auch abgewehrt! Du Schwein! Das ist nicht nett! Mann, warum trifft denn dieser schöne Feuerball nie? Gib mir so viel Mühe! Grapp ihn, Alter! What the fuck? Jetzt reicht's aber! Was zur Hölle? Ich komme gar nicht mehr zum Angriff! Irgendwie funktioniert im Moment nichts! Hilf mir mal! Alter Scheiße! Jetzt habe ich richtig, richtig verkackt gehabt! Ich hatte nur noch einen einzigen KP! Ich weiß gar nicht wie das möglich war! Eigentlich lief alles ziemlich gut und dann plötzlich, weil der Gegner schon tot war, habe ich ihm die Tür aufgemacht. Trotzdem sind die Bewertungen relativ gut! Seltsam, oder? Scheinbar stehen die Richter auf interessante, spannende Kämpfe! Nun gut! Dann pushen wir mal die Angriffskraft! Boah, geiler Kampf, aber ich habe dich hier noch nie gesehen! Bist du neu? Übrigens schon die Gerüchte gehört? Du meinst dieses Pokémon mit der Frau und der Kapuze? Ja, ja, die sind voll krass drauf! Obwohl sie irgendwie kein Kampfvisier hat! Keine Ahnung, wie die Resonanz erzeugen! Passt lieber auf, sonst werdet ihr pulverisiert! Das müsste das Mewtwo sein, von dem der gesprochen hat! Hm, abgesehen davon, dass es schwärzer als schwarz war, trug es an der Schulter auch einen riesigen Resonanzstein, nicht? Meinst du, Mewtwo sieht wegen des Steins so aus? Und warum wollen sie immer diese inoffiziellen Kämpfe? Ja, was wollen die eigentlich überhaupt? Null Ahnung! Das kann ich dir nicht sagen! Ich weiß nur, wir müssen jetzt gegen Lucario antreten! Mit den beiden hier! Der Alois ist mein Gegner! Talent des Jahrzehnts! Überzeugt ist der Guter ja auf jeden Fall schon mal von sich! Dann schauen wir mal, was dahinter steckt! Oh nein, so nicht, Kumpel! Mist! Sehr schön! Ah, ich wollte jetzt in der Luft einen Flammenblitz hinterher schießen! Das wäre halt, äh, ne nice Kombo gewesen! Hat leider nicht geklappt, auch mein Konter hat zu lange zum Aufladen gebraucht! Glaube ich könnte meine Helfer... ...gebrauchen! Aber da lag der Gegner schon wieder am Boden! Genau wie letztes Mal! Das war dank der Axt! Mann! Gibt's doch nicht! Gib ihm! Nein! Der Tritt ging daneben! Ja doch, also es wird auf jeden Fall spannender! Gegner werden besser und besser! Werden jetzt auch mal meine Kombos ab! Sind ein bisschen drauf vorbereitet, was passiert! Und ich sehe, zum ersten Mal hat der Gegner eine volle Resonanzleiste! Ich denke, wir werden hier jetzt gleich Mega Glurak gegen Mega Lucario sehen! OMG! So, jetzt bloß die Überhand gewinnen, sonst haben wir sie verkackt! Sehr gut! Warte! Ob wir ein... ...grabben! Verstand ich einmal kurz zu weit weg vom Gegner! Das hätte fast auf die Presse gegeben, aber es läuft! Der Fehler wurde nicht bestraft! Stattdessen wird Mega Lucario ausgelöscht! Aber war schön, mal ein Mega-Pokémon vor sich zu haben! Oder generell mal ein Pokémon, das die Resonanzenergie nutzen konnte! Die Defensive war natürlich schlecht! Das sieht man hier auch! Aber vier Sterne insgesamt, damit kann man nur zufrieden werden! Und mit dem EP auch! Carlotta mit einem Gengar! Schließt diese Runde ab! Sehr gerne! Sieht aus wie ein Mann! Aufrichtiger Trainer! Dann habt ihr gelesen, die Statusnachricht! Mann, ich bin aufgeregt! War das irgendwie so ein bisschen gewollt oder? Naja, wie dem auch sei! Wir nehmen für die Nara! Und wollen natürlich auch diesen Kampf gewinnen, aber Vorsicht! Ja, eigentlich war ich genau darauf vorbereitet und mich trotzdem treffen lassen! Das ist so fies! Gengar kann von weitem die Duellphase auslösen, wenn es will! Mit dieser dreckigen Attacke da! So, Flammenblitz! Schnapp ihn dir! Wollte eigentlich auch was anderes machen! Schnapp ihn dir! Ich brauche Hilfe! Er holt nämlich jetzt gerade mächtig auf! Na komm 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 komm! Lauf rein ins Entferno! Ha! Technisch schlecht! Aber, äh, Siegesieg! Glebunkel hat mir glaube ich noch gar nicht genutzt! Der ist dazu da, um... Der springt halt! Mann! Du wärst doch alles ab! Ja, geil! Der Bunkel ist dazu da, um ihn zu positionieren auf dem Feld und dann... Äh, schnappt er sich den Gegner, wenn er in der Nähe ist! Mann, dieses verflixte Gengar, das... ...weicht so häufig meine Attacken aus! Indem es sich duckt! Wie zur Hölle macht es das? Aber jetzt hat der Flammenblitz... ...ordentlich getroffen! Sehr, sehr geil! Aber mit der Attacken, die in der Luft war, jetzt leider... ...nix! Ich dachte, er springt! Wie dem auch sei, er konnte den Fehler nicht nutzen! Er hat stattdessen... ...Glyrax... ...Fuß ins Maul bekommen... ...und ist dran krepiert! Ja, jetzt kommt halt auch so ein bisschen... ...das Taktieren mit rein... ...Vorausahnen... ...sowohl auf gegnerischer Seite, als auch bei mir... ...und dann schleichen sich automatisch mehr Fehler ein, ist klar! Deswegen tun wir was für die Verteidigung! Wir können auf jeden Fall nicht meckern, die Liga... ...läuft! Zehn Plätze rauf! Können wir schon anfangen mit der nächsten Runde? Joa! Ich denke schon! Ein, zwei Kämpfe schaffen wir noch! Eine Macho Mai ist mein Gegner! Ich frag mich allerdings, warum so häufig die gleichen Pokémon kommen? Wir haben zum Beispiel... ...noch gar nicht gegen einen Gewaltrow gekämpft... Pikachu kam erst einmal... ...Rontainer kam erst einmal... ...Wrestler Pikachu kam, glaube ich, gar nicht... Ist das echt alles hier rein zufalls generiert, oder... ...was ist da los? Oh, und ich glaube, auf dieser Stage waren wir auch noch nie! Die ist aber schön! So ein winterliches Setting kennt man in Deutschland gar nicht mehr! Aber ja! Ein Winter existiert tatsächlich noch! Glaubt es mir! Boah! Nein! Nein, 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 Kumpel! So nicht, so nicht! Nein! Nein! Ja, ich würde mal sagen, den Macho Mai haben was ordentlich gegeben! Läuft! Aber... Wer weiß, vielleicht kommt er jetzt im zweiten Match zurück! Wir sollten also von Anfang an... ...ernst machen! Schön! Jetzt pack' aus! Hä? Ich hab' ihn doch... Ich hab' ihn getreten! Hab' ihr's gesehen? Er hat nicht gezählt aus irgendeinem Grund! Nein, scheiße! Jetzt wollte ich gerade, ähm... ...die Attacke machen! Hat nicht mehr gereicht! Gerade war die negativ nicht zu Ende! Naja, egal! Schön! Mega nice! Ein Treffer noch und er ist down! So, muss das sein! Ja, ich versuche auch immer ein bisschen, äh... ...mit den Attacken... ...zu variieren! Damit die Kämpfe nicht so gleich ausschauen! Und das, äh... ...kommt wohl auch bei den Richtern gut an! Level up! Glücksbonus! Ui! Danke! Schon wieder die Kalotta? Die kennen wir doch gut! Gerade erst gegen sie gekämpft! Gegen sie und... ...hier Gengar! Auch die sind relativ weit aufgestiegen! Deswegen müssen wir jetzt nochmal gegeneinander kämpfen! Okay! Meine Rate ist nach wie vor bei 100% Siegen! Das soll natürlich so lang wie möglich... ...bleiben! Aber ich kämpfe ungern gegen Gengar! Und er fängt immer so an! Fällt sich das auch auf? Guck mal, diese scheiß Distanzangriffe da! Und das Ducken und... Ja, genau das! Aber dann muss man eben diesen Angriff hier machen! Weil er kann ja nämlich nicht ausweichen! So schaut's nun nicht aus! Oh, ich habe das meiste eigentlich geblockt gehabt! Aber gut, dann nicht! Schöner Treffer! Was?! Wie ging das denn jetzt?! Er konnte sich kurz durchsichtig machen! Trotzdem haben wir ihm, äh... ...ordentlich gegeben! Sehr, sehr schön! Na, kommt jetzt keine Gegend mehr, wer... ...mehr, oder was? Machst du den Eindruck, als wärst du am Heulen! Was ist los?! Hier! Take that! Dieuil! Geil! Einige von euch haben gemeint, äh... ...die Stimme von Blura gefällt euch gar nicht! Ja, sie ist ein bisschen übertrieben, okay! Aber... ...das ist, glaub ich, bei solchen Spielen normal! Ich kenn das ehrlich gesagt nicht anders! Und so unpassend finde ich sie jetzt nicht! Es schreit vielleicht ein bisschen zu viel rum, das ja! Aber insgesamt mag ich sie! Und auch dieser Part hat mir wieder, äh... ...mega viel Spaß gemacht! Ich hoffe, euch geht's ähnlich! Ihr könnt liken, kommentieren... ...und all das Gedöns! Schon bald geht's weiter mit... ...Pokémon... ...Tacken! ... ... ... ... ...